Ich würde ja gerne mal in deinem Arschloch ficken, Jacqueline. Nein, bitte nicht, Monsieur. Ich habe ihr mal meine aufgestaute Ladung von einem Monat reingespritzt. Und danach hatte sie drei Tage lang Dünnschiss. Ich sage Ihnen, das hat vielleicht gestunken in meiner Bude. Wohl Deiwe. Hör auf, Pierre, sonst wird mir übel. Wohl Deiwe. Wohl Deiwe. Wohl Deiwe.